Der auf dem Quad ist jetzt nach rechts gelaufen. Wow! Warum schießt du denn auf mich? Bist du betrunken oder was? Du bist im Haus. Ja, das ist klar. Hat man da eben gesagt. Du bist im Haus. Ich hab doch gesagt, ich bin hinten raus. Alter, ich hab echt knapp. Ich hatte noch 7 HP gerade. Habe ich schon. Ich nehm schon, ich nehm schon. Alter, du blutest. Es tut mir so leid, Exe. Sorry. Oh mein Gott! Feindliche Hand. Getroffen hast du auf jeden Fall. Ja. Nein! Bleib hier jetzt, Mann! 4 HP sagt Lego gerade. Moin moin. Mein Name ist kleine grüne Exe. Und wenn euch das Intro gefallen hat, dann wartet ab, was euch noch so erwartet. Viel Spaß! Wo ist der Zeppel denn? Da! Hallo! Oh, das war die falsche Taste. Du wolltest so machen. Ah ja, hast Glück gehabt. Ich war gerade am Mausholen, weißt du? Ja, hab ich gesehen. Wollen wir hier direkt beim Truckstop runter oder was? Äh, ja, wo bist du denn? Ich sehe nichts. Hier, unter dir, glaube ich. Unter mir? Alter, es ist so schwierig, jemanden zu erkennen hier. Moin, Sebi. Moin, Sebi. Drugstore? Wo ist Drugstore? Äh, was? Drugstore hier unten. Direkt eigentlich unter uns. Ah, ja, ja. Hier dieses L an den Häusern. Ja, genau. Gut, gut. Ich mach mal das Auto klar. Ja? Ja, ich kann dich schon sehen. Okay. Aber ich lande hier irgendwie zu weit. Mega. Oh, gleich eine Weste. Ist schick. So. Was ist das hier? Ich hab schon so ne Kappe gefunden. Ne Kappe? Also, Stahlhelm. Ah, okay. Ich bin Cowboy. Ich benutze sowas. Das geht mir nah von kaputt. Bei mir ist er? Ich weiß nicht, wo du bist. So. Rucksack hab ich auch. Jawoll. Medikip gibt's keins, ne? Bist du das denn? Ich hab auch noch keins. Hier in dem Mos bin ich. Warte, ich mach vorne auf. Hier. Ja, alles gut. Ja. Warst du hier schon wo ich bin? Nein. Ich bin von hier aus losgelaufen. Ich bin von hier. Das ist der allerbeste. Umsonst lang läuft. Ja, klar. Moment. So, was ist denn das? 38er Munition ist ja für Pistole, ne? 38er Munition ist ja für den Colt, oder? Ich weiß nicht, ich benutze ihn nicht. Was? Ja. Ich bin da raufbogen. In dem hier bist du schon? Ja. Ja, ich bin das. Dann löpp ich mal rüber zu den Hallen. Ich komm mit. Dann sind wir immer zu zweit. Das ist besser, oder? Ja. Ich guck nochmal bei dem Haus. Seit wann steht das denn da hinten? So einzeln. Alleine. Ganz einsam. Bombe vom Flieger, meint Eule, wär das gewesen, was mich denn in die Luft gesprengt hat. Ja, das kann sein. Aber, dass das gerade so günstig kam, dass du einsteigst, fand ich halt so lustig. Hast du schon AR? Hier ist noch eine mit einmal Schuss. Ah, danke. Warte, hier können wir mal eben gucken. Ah, 45er ist der Colt. Die liegt auch nur scheiße. Was ist das für eine Munition? 38, okay. Wieso denn Schuhe anziehen? Ich lauf gern barfuß durch ihn. Das wirkt impellierend. Ja, macht das nichts aus, wenn man keine Schuhe hat? Ne. Wird man nicht verletzt oder so? Ne, du bist 0,00, keine Ahnung was, langsamer, aber das hat mich noch nicht so wirklich interessiert. So. Das ist wirklich nicht viel. Wo bist du jetzt? Ich seh dich nicht mehr. Aber du bist halt leiser. Äh, hier in die Hallen rein. Ja, das stimmt. Ich hör keine Schritte mehr. Du hörst dich nach hinten nach Tapseln, so. Mhm. So, flatsch, flatsch, flatsch. Ne, genau, als wenn sich so ein kleines Eichhörnchen sich einschrubbern würde. So. Jetzt geh mal hier oben. Hier ist irgendeine Munition. Mal schauen, bestimmt für Pistole, ne? Dann geh mal da runter. Military Backpack hast du schon? Ja. Hab ich gerade Schüsse gehört? Kann das sein? Ne, meine Tür vielleicht. Ich hab nix gehört. Ich bin in dieser Werkstatt. Ja. Die hier? Ne, das ist n... Restaurant. Jetzt... Jetzt bin ich an der Tankstelle. Okay. Dann weiß ich wo. Hier ist auch noch ne Weste. Willst du noch ne Weste haben? Pack dir die mal ein. Ja. Danke. Oh, da ist einer. Ach du dich. Ah, Shotgun. Ohne Munition. Aber egal. Hier. Hier. Die Weste. Moment, Moment. Ciao. Oh, dankeschön. Bist du jetzt rausgelaufen, ja? Ja, ich bin rüber an die Werkstatt. Wenn du... Wenn irgendeine Mauer dazwischen ist, äh, sieht man den Namen nicht, ne? Das... Kann sein, ja. Das ist zwischendurch ein bisschen verpackt. Auch wenn du, äh, in einem Haus bist oder so, geht der auch direkt weg. Finde ich auch ein bisschen doof. Hallo. Hallo. Messer brauchen wir ja nicht, ne? Das ist ein Messer. Wenn man das werfen könnte, wäre das ein ganz angehört. Ähm, ich hab vorhin geguckt mal am Markt, ne? Mhm. Hat noch keiner in Ghillie-Suit reingestellt. Also, äh, von den Kisten her. Ach, kann man ja auch verkaufen. Aber es gibt eine Schweins... Ja, es gibt eine Schweinsmaske, die ist, äh, was stand da? Äh, 50 Euro wert oder so. Cool, ja. Das ist, glaub ich, mit das teuerste. Dass es Leute gibt, dass sie sowas wirklich kaufen, ne? Hammer, oder? Ja. Es gibt nur sechs Stück von den Schweinsmasken im Moment im Markt. Ich hab schon überlegt, ob ich die eine Kiste einfach mal aufmach. Weil die Waffen-Skins, die sind auch ganz gut was wert eigentlich. So, haben wir so einen 50 Euro-Bereich. Ja, was machen wir jetzt? Nehmen wir uns das Auto... Ja, und... Wir fahren weiter, ne? Wir sind safe. So ist das nicht. Lass da vorne nochmal an den Wohnwagen gucken. Oh, ich hab noch ne Idee, wo wir hin könnten. Wohin? In ne schicke Siedlung, da geht eigentlich fast nie jemand rein. Da oben ist ein Haus, ne? Ein Eichel. Oh, ein Medikid. Brauchst du noch AR-Munition? Hier liegt noch welche. Guten Tag. Ups. Okay. Soll ich die... Soll ich die eine mitnehmen? Wie? Hast du eine? Ja. Nö, dann brauchen wir die nicht. Lass mal zum Auto, dann fahren wir noch zur Siedlung. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Stuff zusammen. Ja. Moment. Und... Lös. Sitt. Was? Ich springe. Hey. Ups. Mach auf da. Warte. Eben, äh, kurz schließen. Eben, äh, kurz schließen. Läuft. Läuft. Hier nochmal rein. Ich bewache das Auto. Haut euch doch. Kommt auch. Kommt auch. Okay, hier ist echt nix. Shit. Und... Zack. Steine. Was? Ich muss verknappen. Hm. Das war nicht so geplant. Warte mal. Da, wir müssen nach da. Yeah. Huch. Lowrider. Ja. Hier ist da was da. Vorne ist einer. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Hier links. Von uns. Hinter dem Haus oder? Ja, ich sehe ihn. Er schießt schon. Oh oh. Wo schießt der? Ah, da ist auch noch einer. Da hinten hast du gesehen. Hast recht. Links in dem Haus. Ja. Es sind zwei. Oh, die machen unser Auto kaputt. Ja, der hat mich getroffen. Ja, der hat mich getroffen. Ich spring doch. Hallo. Ich muss mich heilen. Ich blute gerade. Mach das. Ich gash mich mal an den einen ran. Weil hier sind auf jeden Fall zwei. Ah, da rechte Seite. Der schießt jetzt auch auf mich. Wo ist der? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wohin. Du musst mich heilen. Ich blute hier wie ein... Oh fuck. Bist du tot? Nein. Aber ich weiß gar nicht, wo ich mich verstecken soll. Weil der zweite schießt von da. Wow, der trifft. Wo ist der? Beim Roten an der Tür. Ich blute schon wieder. Das gibt's doch nicht. Oh nein, der andere zieht hier rüber. Oh shit. Ja, jetzt blutest du auf jeden Fall mit dem Stricher. Siehst du ihn? Der kommt... Oh. Wer ist tot? Ja, sauber, sauber, sauber. Jetzt ist nur beim Roten Haus einer. Ich blute jetzt wieder. Hast du ein Medifact oder sowas? Ähm... Eins hätte ich noch, ja. Ich versuch's mal mit den... Ne, behalten. Ich versuch's mal mit den, äh... Hier, ja. Hast du so einen Sachen zum zerreißen? Ja, verbannt. Okay, ich blute nicht mehr. Ich guck mal, was der hatte. Wo ist denn der? Sprich ja hier. Der müsste eigentlich gut was haben, wenn die hier schon durch waren. Ja. Wie gesagt, bei dem Roten Haus ist auf jeden Fall einer drin, ne? Wo ist der? Wo hab ich den... Wo sind seine... Ah, hier. Hier ist noch ein Medi... Achso, okay. Dann nehm ich das Medikit, was hier im Haus ist. Wo sind die Munitionen hier? Hier in dem Haus hatten die noch nicht gelootet. Ich geh mal kurz oben durch. Ich komm im Haus einer. Hier ist noch ein Medikit. Wie viel hast du jetzt? Ich hab drei. Ich hab vier. Okay. Passte. Bist du hochgelaufen? Ja. Ich bin oben schon. Ich komm auch hoch, ne? Da kommt noch ein Auto. Ja. Ich bin hier, ne? Oh shit. Das ist genau unten wo uns geland... Gestehen geblieben. Moment. Ich geh mal kurz hinten raus. Oh shit. Der läuft zu dem Auto hin. Der auf dem Quad ist jetzt nach rechts gelaufen. Wow! Oh, scheiße. Warum schießt du denn auf mich? Bist du betrunken oder was? Nein. Dein Name ist nicht erschienen. Er hat sich geschossen. Du bist im Haus. Ja, das ist klar. Hat man da eben gesagt. Du bist im Haus. Ah, sorry. Ich hab doch gesagt, ich bin hinten raus. Sorry. Ich heile dich. Alter, ich hab echt knapp. Ich hatte noch 7 AP gerade. Äh, hier. Hol dir ein Medipack. Hab ich schon. Ich nehm schon. Ich nehm schon. Alter, du blutest. Es tut mir so leid, Axel. Sorry. Oh mein Gott. Ich dachte, dass ich... Feindliche Hand... Oh mein Gott, mein... Ich weiß nicht. Getroffen hast du auf jeden Fall. Ja. Nein! Bleib hier jetzt, Mann! Nein! Dich. Ohohohohoho. Oooohohohohohohoho. 4AP sagt Lego gerade. Das ist so, leid. Komm, ich küss dich. Huuuuhh. Lass... Lass... Lass mal in da unten. Also der eine hacke da auf jeden Fall da unten rum. Ja, der ist da Richtung Haus gelaufen, weißt du? Ja, das Recht unten, ne? Ja. Ich müsste noch ein ganz kleines bisschen warten, eben wegen... Ja, geht's, könnten wir... Wo ist der hin, ey? Hier soll ich dich mal zeigen. Ich geh mal hier vorne ins Haus rein, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Nut. Vielleicht zeigt er sich ja nochmal. Aber hier sieht... Aber ich glaub, die haben den abgeholt. Meinst du, dass die zu dem gehörten? Mhm. Da vorne haben sie gerade auf jeden Fall noch geschossen. Nee, 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 Lego. Oh, ich hab zu viel im Inventar. Oh, ich hab mich so'n Blödsinn aufgehoben. Hat er mich angeschossen, ey? Ja, es tut mir doch leid. Dann wollt ihr mich wegmachen. Glaub ich nicht. Wo bist du gerade? Ich bin in diesem Haus reingelaufen, wo der Typ war. Echt jetzt? Ja, ich bin jetzt oben. Achso, in dem roten? Der ist in dem helleren gegenüber, sozusagen. Da hab ich ihn das letzte Mal gesehen. Ja, okay, hier ist Munition zumindest so. Hier waren die noch nicht. Okay, das Haus hier ist sauber. Okay, ich guck mal in das doppelstöckige Rote hier, gegen, also bei dir in der Nähe. Ja. Siehst du mich hier, den Pfeil? Ja. Hier bin ich mal eben rein. Der müsste hier links neben, das helle, da müsste der drinnen sein. Wo? Da war der als letztes. Wo ich bin jetzt? Ja, ja, genau. Das hellere. Sonst ist er weg. Ich glaub, der ist im Wartezimmer. Sicher? Ja, weil die Tür ist da verschlossen. Okay, Moment, dann komm ich jetzt her. Nanananananananana. Hier ist nichts. Ich hab noch eine HE. Werf da eine HE oder eine Brand rein, dann kann er nichts machen. Dann muss er raushüpfen. Nee. Hast du eine Brand aufgehoben? Weißer nicht. Okay, schade. Ups. Okay, der ist nicht hier. So wirklich gelootet haben sie hier echt nicht, ne? Nö. Also hier ist alles sauber, ne? Ja, die haben den abgeholt, der Typ mit dem Polizeiauto. Wo bist du? Okay. Ich komm, hier oben. Mano. Hallo, ich seh dich. Du musst richtig in die Knie gehen beim Sprechen. Ja, genau. Hä? Wo bist du hier? Ach, du bist reingelaufen. Ich bist ein Knaller. So, Flugzeug. Sind wir überhaupt noch safe hier? Ja. Freu ich nicht. Okay, ich ändere mal den Typ hier vom Streamer, bevor er noch... Wieso? Der Azi, der hat mich schon gestern darauf hingewiesen, dass der Typ falsch war. Ach so. Sorry. Club88, ich grüße dich. Dann mach ich mir noch meinen schnellen Badonche. So. Kann man nie hier noch haben. Jetzt machen wir nur der Tag Stream und fertig. Tag Stream. Okay. Ich werde mich ein bisschen boxen. Springst du gerade? Wow. Guck mal, wie stark ich bin. Ich bin so eine Kiste kaputtgekommen. Alter. Wahnsinn. Hölle, Hölle. Hölle. So, also wir sind noch... Ja, volles Matt. Ich hole mal das Auto, ja? Wo bist du? Und das Quad fahre ich auch mal vor. Wir haben ja hier jetzt unseren Fuhrpark. Ja. Oh, da hat er sogar alles drinnen gelassen, der Vogel. Willst du hier in das Haus? Oder lieber in das Rode? Wir können ja noch ein bisschen warten. Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen, aber... Wahrscheinlich irre ich mich. So, wo sollen wir... Oh, tot. Moin, Philipp. Äh. Blö... Erstmal, wie... Sind ja noch safe. Ich hole mal eben das Auto. Ich will mal ein bisschen, wie weit sie das runtergeschossen haben. 70 Prozent, das geht ja noch. Ist ja gerade erst angefangen zu qualmen. Dafür, dass er dein ganzes Magazin draufgeknallt hat. Reparieren kann man es nicht, ne? Nö. Ich stelle das schön so davor. Hätte ich fast meinen Teamkollegen hier erschossen, ey. Ich kann es immer noch nicht... Echt mal. Also, ich habe immer noch so, ey. Ich bin voll demotiviert im Moment. Hier, dieses Loch. Dieses Loch ist von dir. So, guck, hier, da. So, die Richtung. Oh, je. Jetzt habe ich da so einen Tampon drinne, weißt du? Mhm. Damit mir die Blutung stehen bleibt. Sieht das aus mit einem Tampon in den Stirn. Schön. So, es ist aus wie ein Einhorn. So, es sind nur noch 21 Spieler, ne? Easy. Kriegen sie alle. Ich glaube, die müssen hierher kommen, ne? Früher oder später. Mal gucken, ob wir noch drinne sind gleich. Wir sind I7, ja. Wir müssen noch drin sein. Obwohl... Ja, wir sind da dieser... Auf G-Street. Genau unter der G-Street sind wir. Und könnte nächste Runde raus sein. Das ist das Ding. Also, Moment. Nicht rausgehen jetzt, ne? Warum? Wir fliechen einen Bomber gerade. Ja. Du musst immer unterdacht sein. Das ist besser. Dann trifft dich das Ding nicht. Echse, wo bist du denn? Oben! Hier, guck. Über dir. Hallo. Hallo! Ich hab die Tür zugemacht da, ne? Mhm. Komm mal hoch. Willst du hochkommen? Ja. Oh, ne? Wo ist das Treppe? Ups. Jetzt läufst du ja an mir vorbei. Hm? Wo bist du? Bist du nicht an mir vorbeigelaufen? Siehst du mich nicht, oder was? Nee, wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Nee. Wo bist du denn? Wo? Hier! Stopp! Ich seh dich nicht. Also, du bist hin zu der Tür. Komm, ey. Komm, ey. Ich seh dich wieder. Nein. Jetzt erreichst du dir alles. Ich bin sauer, ey. Ich erreichst du dir alles. Mach dir jetzt ne Szene hier. Zack. Oh, Kraft. So, jetzt sind wir aber außerhalb vom Kreis, wenn du da schaust. Wir müssen Richtung Stadt, äh, uns langen. Ne, wir sind noch drin. Ne. Doch, da, T-Street sind noch dann drin. E7. Ach so, das ist diese kleine, äh. Diese kleine Siedlung, da, die kleinen Punkte da. Oh, okay, gut. Dann sind wir noch damit. Geil. Ich mach diese Tür hier zu. Ist besser, wenn wir hier oben bleiben. Wenn die aufgeht, alles draufballern, was geht. Haben wir sonst alle Türen unten zu, die Eingang haben? Ja. Okay. Hier kann man nicht durch, alles klar. Nur hier. Wie ducken kann man sich nicht hier, oder? Doch. Ach so, ja. Kannst du hier auch hinlegen. Hinlegen auch? Wie hast du dich hingelegt? Mit, mit Z. Aber ich glaube, das geht ja nicht, weil das zu eng ist. Hier aufs Bettchen kannst du hinlegen. Guck so. Z. Ah, gut. Ich hab mich hingelegt. Na, ich, ich entspann mich ein bisschen. Das sieht irgendwie schwul aus, wenn der da so liegt. Auf jeden Fall nicht entspannt. Gleich, weiter. Hm. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie du da liegst. Ein bisschen. Dann müsste sich auf den Rücken legen können. Ach so, du kannst auch rollen, ne? Wenn du Shift drückst. Und dann nach links und rechts kannst du dich auch rollen. Moment, hier. Damit kommst du von Busch zu Busch auch ganz gut, muss ich sagen. 28, verax 28, kann man auch springen? Grüße dich. Äh, ja klar, springen kann man auch. Na, sicher auch. So richtig. Ich hoffe ja nicht, dass du noch mal auf mich schießt. Ja, aber wenn da jetzt jemand reinkommt, ja? Und ich verliere die Nerven und schieße, du stehst genau davor, ne? Du bist der erste Rucksack. Dann geh ich halt in die Toilette. Und dein Rucksack ist gut verschmiert. Bei dir? Echt? Bei mir? Bei dir. Ach so. Nee. Ich hab das nicht. Einer nicht. Wie kommst? Werax. Nee. Hm. Hallo? Oh, mal gucken. 5 Sekunden, dann geht das Gas los. Äh, warum drücke ich jetzt Enter? Moment, ich hab mich verdrückt. Ach so. Okay. Die 60 Sekunden noch. Plus 20. Und dann müssen wir, glaube ich, weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nochmal die Safe Zone ist. Ja, schauen wir mal. Vielleicht. Einer ist schon gestorben. Wir sind noch zu 20. Weil ich bei dir immer einschlafen kann, aber Leute. Nice. Das ist aber nicht so unbedingt ein Kompliment, wenn man bei jemandem einschlafen kann. Oder Frau Tass? Wer will einschlafen? Wenn man bei jemandem... Ich sag gerade, weil ich bei dir immer einschlafen kann. Und ich sag aber, das ist doch nicht unbedingt ein Kompliment, wenn du bei mir einschläfst. Wer weiß. Alles klar, Eisdieler. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Also, ja. Du musst immer positiv denken, weißt du? Okay. Vielleicht meint er es so, dass du ihm so eine gewisse Ruhe vermittelst und so. Dass er sich bei dir entspannen kann. Ah ja, das kann auch sein, ne? Du hast das gar nicht gesehen. Da war das Glas schon wieder halb leer bei mir, du. Hier kommt keiner her, ne? Trauen die sich nicht? Ja, weißt du warum? Weil wir das hier zu unserem Gebiet gemacht haben? Nein. Oder weil sie deinen Namen gelesen haben? Weil der kleine grüne Kreis jetzt komplett nach links verschoben ist. Scranberry? Ja, wir müssen weg. Okay. Springen wir runter, oder? Jo. Hast du Angst, oder was? Ich komme nicht drüber hier. In die Knie gehen, richtig? Ja, das ist doch. Also, da ist aber nicht, da war aber nicht mit deinem Fitnessprogramm, da ist das nicht ganz gefruchtet, glaube ich. Ich benutze die Treppe. Wo ist hier der Ausgang? Ich habe auch, äh, mein Rucksack ist, äh, mehr drin. Ich habe 95 AP, ja, das reicht. Der Gerät, der Gerät, ja, das hat ja nichts mit Springste und der Gerät muss nicht springen. Der Gerät muss nur halt stabil auf dem Boden bleiben. So, also, also, hier wären wir, äh, am Rand, äh, vom Gas. Ich würde sagen, äh, ich packe hier rückwärts ein, oder? Das ist unser neues Zuhause jetzt. Sehr schön. Gefällt dir. Guck mal, da steht auch noch ein Quad hinter uns. Ah, das ist, das ist aber schön. So, ich check mal die... Soll ich da noch mal reingucken, ja? Ist auch noch alles voll, du. Mit dein neues Zuhause hiervon. Wehe, du lässt die Knallers los. Alles gut? Hier ist sauber, ja. Aber wir hätten bestimmt Besuch bekommen. Ah, dieses Haus gefällt mir. Es sind viel zu viele Eingänge. Hast du, hast bestellt, oder was? Was bestellt. Das sind drei Eingänge. Besuch! Wegen Neueinzug. Ja, ja, klar. Party heute. Party Service. Wir können ja auch eins nach nebenan gehen, wenn ihr hier schlottert. Ja? Am besten eins mit zwei Etagen, weißt du, mit ober Etagen. Oh, 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 jetzt wird, jetzt Anspruch, hm? Was denn? Dekadenz lässt grüßen. Ne, mit zwei, sagt er, mit zwei Stockweg, sonst will ich nicht umziehen. Hier, hinter uns ist so ein schönes Haus, so ein rotes wie eben. Ja, komm, dann lass da hin. Komm. Neben uns ist auch doppelstöckig. Ja, komm. Sehe ich gerade. Ist auch barrikadiert. Echt? Hm. Wiese. Guck mal, hier ist noch Pumpen, Moni. Siehst sie da? Ja, danke. Ich habe aber jetzt schon 50. Ach so, dann nehme ich die hier. Ich glaube nicht, dass ich die alle verbrauchen werde. Ich checke die obere Etage, ob alles sauber ist, ne? Ich glaube, hier war noch nicht mal einer drin. Hier ist noch alles zu. Aber jetzt tut die, ne? Ja, sieht so aus. Nee, die Kette, äh, ist, 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 äh, liegt noch im Dreck, du. Die haben wir doch letztes Mal liegen lassen. Also Richtung West, Nordwest, wenn du da schaust, hier, wo ich schaue, guck mal, kommen sie mal her. Sind sie? Bin, äh, wo, da? Hier, wenn du aus dem Fenster hier schaust, ne? Dann siehst du ja ganz hinten so ein weißes, äh, Haus, irgendwie, wie so eine Tankstelle, oder was ist das? Siehst du, geradeaus? Ganz hinten? Ja. Das weiße, dort ist einer vorbeigelaufen. Wo stellen wir uns hin am besten um, hier? Hier, das ist... Ah, hier ist keine Tür, scheiße. Hm. Ist nicht so, nicht so schlimm. Oh, ich sehe schon grüne Fläche hier, Gas und so. Oh, wie münd... Alter, scheiße! Was, denn? Oh, fuck, was denn das denn ist, äh... Wir haben verkar... Oh, shit! Komm, komm, komm. Komm mal her, wir suchen uns ein gutes Plätzchen. Komm her, ab ins Auto. Ja, Brücke, Brücke, Brücke. Oh, scheiße, ist das ein Scheißspot. Das ist richtig kacke. Gehen wir Richtung Brücke. Da ist das meiste, die haben Wasser. Deswegen ist der da, Unglaub. Ja, das schaffen wir doch. Keine... Keine... Elf Stück noch. Ja, jetzt wird's aber interessant, ne? Ja, ich will auch auf die andere Seite lieber, oder? Da haben wir mehr Platz. Ja. Oh, shit. Kannst du auf den schießen? Auf wen denn? Da steht doch ein Auto, oder ist da nix? Nee, da ist gar keine... Da liegt einer tot neben. Ja. Die sind unter der Brücke, 100%. Meinst du, dass die sich da vercampen? Ja, klar. Den Fehler wollte ich nicht, Mann. Oh, 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 oh. Da ist ja schon Gas. Ähm, weiter nach links? Links? Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ich... Ich check nur ab, ob hier irgendwo... ...irgendwo... ...irg in ne Büsche hocken. Traut sich jemand sich zu zeigen? Ne, ne? Doch, da rechts. Auto! Auto! Bist du raus? Ja. Oh, du bist aber ein Knallhaden. Toll, du bist tot. Scheiße. Mann, wieso bist du denn rausgesprungen? Doch, einen hab ich mitgenommen, oder? Wieso bist du denn rausgesprungen? Nee, die leben beide noch. Ah, scheiße. Bleib doch drin. Ich dachte, wir kämpfen jetzt. Ja, aber die standen doch... Wir hatten doch mit dem Rocken zu denen gestanden. Das heißt, du musst dich hier um 180 Grad umdrehen. Ich werde jetzt erst mal ein Stück weggefahren. Denn hätten sie versucht, wieder einzusteigen. Oh, scheiße. Scheiße. Okay, ich weiß, Battlefield-Style. Was? Battlefield-Style. Battlefield-Style, ja, halt. Rambazamba. Oh, das war's dann auch schon wieder. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo. Ich würd mich freuen. Und vielleicht sehen wir uns bald auf fitbox.tv-kleine-grüne-Engste. Bye, bye.